Moin moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft Forever Stranded im Aufräumwahn, sozusagen. Wir sind hier immer noch kräftig im Aufräumwahn, das ist aber auch ganz gut so, weil dadurch bekommen wir dann mal eigentlich hier eine schiere Kante rein und ich sehe, was ich eigentlich so habe, was ich so besitze und es ist alles, ja, sauber und aufgeräumt, ne? Guck mal, wir haben auch noch Rabbids, ne? Ja, Rabbit, Rabbit, Rabbit Fleisch. So, dann haben wir auch noch Bäume hier, ne? Wir haben noch ganz viele Bäume, sehe ich gerade, die ich alle so ein bisschen außer Acht gelassen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, haben wir davon vielleicht noch einen? Ich weiß es nicht, weil so ein Sprunch, Sprunch? Sprunch? Ich glaube, ja. So einen Baum zu haben, ist eigentlich ziemlich geil, weil dann kannst du, damit kannst du richtig gut, aber Forestry hier hat er nicht drauf, weil ich sehe hier gerade eine Biene. Ja, cool. Weil mit Forestry können wir auch eine ganze Menge anfangen. Kriege ich ein Cake da oben untergebracht, ja, ne? Da müsste ich eigentlich sechs oder sieben stapeln können, ne? Oh, so, alles klar. Dann lassen wir uns mal die ganzen Baumseeds, die ich hier habe, loswerden. Ist das nicht das gleiche? Ne, ist nicht das gleiche. Das ist eine Birke und das ist auch ein Baum. Und hier habe ich noch den Sprunch-Kollegen. Du kommst mal weg und zwar kommst du, du kommst da oben jetzt. Eigentlich hätte ich dich da oben gerne hingehabt, aber es geht nicht. Dann kommst du dahin, alles klar. Jetzt habe ich hier noch die Setzlinge. Wobei, das hier ist ein Baum, den müssen wir eigentlich mal setzen, weil da kommt auch was raus. Und zwar gar nicht mal so beschissene Sachen. Das ist halt auch so ein Baum von Pam's Harvest Craft, so wie die Orangenbäume hier draußen, der eigentlich ziemlich cool ist. Oh, hier müssen wir mal, hier müssen wir mal ein bisschen aufräumen dafür. Zack, 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 zack. Das weg, das weg, das weg, das hier ein bisschen, ein bisschen vernünftiger Platz ist. Ich nehme auch hier die ganzen, die ganzen Sand-Flakes mal weg. So, pass mal auf, dann machen wir, machen wir den jetzt hier hin. Dann haben wir hier nämlich den, den nächsten Baum von Pam's Harvest Craft. So, das ist ein, der ist ja, ja gut, da wird aber nichts rauskommen. Das ist einfach nur, das ist nur so ein Baum wegen Holz. Also, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Spannendes bei rauskommt. Das kommt mal da rein. Da sind noch Kakteen und achso, jetzt habe ich hier noch, pass mal auf, da ist auch noch das, auch noch ein Exotic Exotic Seed. Was kommt denn da raus? Das weiß ich nicht. Das packen wir erstmal da rein. Achso, guck mal, jetzt haben wir nämlich noch Pilze. Pilze sind ja auch so Minecraft. Also, Minecraft Standard quasi. Hier ist Potato Seed übrigens. Aber das ist ja, Potato Seed ist ja Ex-Nilo. Aber egal, kommt trotzdem da mit rein. Hier sind Karotten Seeds. Genau, die muss man nämlich, diese anderen Seeds brauchen wir nämlich auch alle. Seeds, das sind Sporen, was ich da jetzt gerade eben auch hatte. So, dann machen wir erstmal die ganzen Seeds, die ich so habe, machen wir hier erstmal durch. So, das darüber, das darüber, das darüber, das dahin, das dahin. Kakao habe ich auch noch nicht gehabt, ne? Ne, dann gehen wir mit den Seeds mal hier entlang. Zack, sehr schön. Ich habe hier noch ein bisschen Sand in der Tasche. Den würde ich gerne erstmal schnell loswerden. Und wir brauchen da vorne ein neues Mesh. Und ich weiß, das habt ihr ja auch geschrieben. Und ich habe es ja auch gesehen, dass ich mir lieber ein Iron Mesh machen soll, weil das deutlich länger hält, als als so ein olles Dings Mesh die ganze Zeit. So ein String. So ein String Mesh, weil das einfach nicht hält. Ich weiß jetzt. Mittlerweile habe ich es auch kapiert. Pass mal auf, das kommt mal mit. Das kommt mit. Die ganzen Seeds von Pam's Harvest Croft will ich jetzt erstmal mitnehmen. Alter, das sind halt unheimlich viele, ne? Das sind halt echt viele. Hoffentlich kriegen wir die überhaupt unter. Zack, das da rein. Ich werde jetzt erstmal alle reinmachen hier. Vielleicht ein bisschen farblich sortiert. Ich muss auch immer wieder gucken, dass ich dass wir nichts doppelt und dreifach haben. Ich habe echt viele davon schon. Ich habe schon echt viele. Das da rein. Ich mache das einfach mal farblich sortiert. Und später gucken wir dann, dass wir unseren Garten damit dann eh aufbauen. So, jetzt kommen die Roten so langsam. Und ja, das machen wir aber. Gehe ich einen tiefer? Ne, einen tiefer möchte ich nicht. Da möchte ich nämlich einen weiter unten. Da möchte ich nämlich eigentlich Dings haben. Ich muss auch irgendwo mein Essen noch einsortieren, ne? Essen. Obwohl Essen können wir tatsächlich in eine Kiste packen. Weil dann sehen wir das schneller. Ob wir, ob wir, was wir gegessen haben. Und ob wir was gegessen haben. Dann sehen wir schnell, ob wir was gegessen haben. Und, achso, jetzt bin ich doch runtergegangen, ne? Na, egal. Ja, dann sehen wir das halt schneller. Ob und was wir schon gegessen haben. Dann brauche ich dann nur, wenn wir der Maus schnell rübergehen. Und dann ist gut. So, jetzt können wir hier unten, können wir mal anfangen mit den ganzen anderen Sachen, die ich noch schon so habe. Genau, und die Sachen, die ich essen kann, die würde ich hier drin lassen. Zack, das kommt mal raus. Das kommt raus. Das auch. Das auch. Was bist du eigentlich? Weakstee komplett in a liked double sweet part. Okay. Das kommt auch erstmal irgendwo mit rein. Die hier kommt drüben in das andere System. Eine Biene kommt drüben ins andere System. Und die Schale können wir hier lassen. Dann haben wir nämlich das auch schon mal ein bisschen weiter aufgeräumt. So, das da rein, das da rein. Gucken, ob wir davon, oh, siehst du, wir haben ja schon los. So, du kommst jetzt auch nochmal mit hier rein. Ich, keine Ahnung, was ich damit, das muss ich mir nochmal übersetzen lassen, anständig. Was wir damit machen können. Die Silkwürmer würde ich da reinschmeißen, weil die kann man auch essen. Okay, dann brauchen wir von den Dinger brauche ich noch ein paar, weil ich würde nämlich da oben dann gerne die ganzen, die ganzen Sachen, die ich so habe, um Essen herzustellen. Also, wie heißt das? Das Kochbesteck würde ich gerne da oben anhängen. So, da hinten dann los. Achso, das sah so ein bisschen komisch aus. Aber da war nichts, war nichts Besonderes los. So, dann machen wir mal diese, das sind Heiltränke, ne? Ne, Heat Resistence, okay. Heat Resistence. Also, ich dachte, das wäre jetzt gerade, irgendwie habe ich daran gedacht, dass es Heiltränke sein könnten, aber sind es nicht. Das wollte ich hier noch mit reinpacken und die Biene schmeißen wir da mal mit rein. Weil für die Bienen habe ich jetzt momentan noch keine Verwendung. Ich weiß noch nicht, wo es mit den Bienen hingehen soll, wann wir die, wann das damit losgehen soll, ob das damit überhaupt losgeht. Sind zwar, Bienen sind zwar immer eine schöne Sache, wenn man, ja, leicht Dings machen möchte, wenn man leicht irgendwelche Ressourcen farmen möchte, über, also gerade jetzt auf dem Server zum Beispiel, ist es natürlich immer schön, Bienen zu haben. Zack, kann man, oh, weil so ein Server halt 24, 24, 7 durchläuft. Und dann sind halt, dann sind halt Bienen ganz geschickt dafür. Aber in meinem Fall hier ist es, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Ich mache nochmal, ich mache nochmal 7 mehr. Dann kann der Rest wieder hier rein ins System. Oh, wie schön meine Tasche jetzt aufgeräumt ist, ne? Den Gravel müssen wir nochmal loswerden. Den müssen wir nochmal loswerden. Und da könnten wir aber, ganz ehrlich, auch eine, ich kann da nichts hinpacken, weil da oben läuft dieses, dieses Kabel entlang. Was aber, ist das in dem Block drinne? Ja, tatsächlich. Dann reißen wir es ab. Das ist nicht in dem Block drinne. No, okay, dann kommt das weg. Es sah zwar schön aus, aber es ist nicht, nicht zweckmäßig. Was ist denn das überhaupt? Ist das, ist das eine Laboratory Box oder so? Keine Ahnung. So, das kommt weg. Das könnten wir rein theoretisch hängen lassen. Einfach so, weil, achso, das war der Ganze, ja stimmt. Das hätte man rein theoretisch hängen lassen können. Aber ich wollte die jetzt auch weg haben. Jetzt sollen die auch weg, wenn schon, wenn schon, denn schon. So, dann können die jetzt nämlich auch hier alle mit rein, die ganzen geschüsselten Sachen. So, und jetzt können wir nämlich diese, die Racks da oben ran bringen. Zack, zack, zack. Und, ah, siehst du, ich habe genau, genau abgezählt. Und an diese Racks kommen jetzt unsere, unsere Gerätschaften, die wir zum Kochen haben. Unsere Kochsachen hier. Habe ich da nicht noch mehr? Das war es schon, ne? Ne, da ist noch ein Messer, das können wir auch da oben ran hängen. Denn liegt ja hier vorne auf dem, hier liegt ja auch gerade was drauf. So, und die Sachen, die ich doppelt habe, die schmeißen wir natürlich irgendwo in die Kiste. Aber, jetzt habe ich hier das gleiche im Blick. Alles klar, da ist der Teil, da ist einer der 500.000 Juicers. Da ist das Beil. Wo ist das Messer hin, das ich gerade eben hatte? Das ist da, das kommt da hin. Okay, und die restlichen Sachen können halt in eine, in eine Werkzeugkiste, die irgendwo rum oxidiert. Muss man ganz ehrlich sagen. So, das ist beides hier raus. Dann kann das hier nämlich auch weg. Habe ich jetzt noch, ah, guck mal, ich habe nämlich jetzt auch die, den letzten Drawer, den ich noch hatte, der liegt hier hinten noch rum. Ah, guck mal, da fehlt schon wieder, da fehlt schon wieder ein, ein Mesh. Da kommt jetzt auch ein Iron, ein Iron Mesh rein. Aber ich muss auch gleich gucken, was ich esse. Da mir mein Essen, meine, meine Keulen schon wieder runter gehen. Und auch trinken geht auch runter. Gut, man kann immer das gleiche trinken. Man muss da nicht immer was Neues trinken. Zack. So, einmal das her. Zack, das da hin. Dann einmal ein Iron Mesh. Wir wollen ja nicht übertreiben mit der Iron Mesh Produktion. Das soll ja am liebsten eh früher oder später. Ach, fuck, der ist auch leer. Der ist auch kaputt. Früher oder später soll das ja eh am liebsten über die Kollegen hier komplett funktionieren. Und dann am liebsten auch ohne, dass die kaputt gehen. Das wäre noch ideal, wenn das funktionieren würde. Aber das wird, glaube ich, nicht so einfach darzustellen sein. Momentan auf jeden Fall. So, guck mal, das sieht doch schon mal geil aus jetzt, ne? Ich finde, das sieht gut aus. Jetzt können wir mal überlegen, was haben wir jetzt hier noch? Das ist nichts zu essen, nichts zu essen. Das ist Essen, definitiv. Das ist nichts essen, nichts essen, nichts essen. Saat. Das ist auch herstellen. Das ist Essen. Das ist alles Fertilizer. Das ist Essen. Das ist kein Essen, kein Essen. Mio, mio ist Essen. Das ist auch eigentlich ein Snack, aber nein. Das ist Essen. Das ist auch Essen. Das ist... Oh, hier ist noch ein Slingshot. Genau, das hat ja auch jemand geschrieben, ne? Ich hätte mir keine bauen müssen, sondern ich einfach mal aufräumen. Ach, guck mal, da unten ist auch noch Essen drin. Aber warte mal, kann ich das nicht gleich essen? Ne, kann ich nicht. Weil ich tatsächlich, tatsächlich das nicht essen kann. Aber hier, wir können uns so ein Epic Bacon reinziehen. Denn es ist eh alles gleich wieder gut. So, die Farben packen wir mal hier oben rein. Da hatte ich dann noch mehr, oder? Da ist noch Rot auf jeden Fall. Und ich habe doch noch... Ich habe noch Seeds hier. Das, das. Aber Hap Fiber Seed haben wir auch drüben, ne? Das waren gar keine Seeds, was ich da gerade reingeworfen habe. War das nicht so schlimm. Dragon Fruit. Und hier sind Sachen, die ich hergestellt habe. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Kiste, wo wir unsere... Ja, sowas halt reinschmeißen, ne? Die Kochsachen, die wir halt überhaben. Äh, Dragon Fruit. Das hier ist ein Teil, was wir zum Zugereiten brauchen. Da ist noch Spinat. Und ich muss mir mal die Füße wieder abkühlen. Die werden schon wieder heiß hier auf diesem Wüstenboden. Zack, das einmal da rein. Sehr schön. Äh, wird... Füße abkühlen. Füße planschen. Planschi, planschi. Füßi, Füßi. Oh, wie sich das anhört, ey. So, wir haben jetzt noch Milch und... Milch und Freshwater. Das kann eigentlich auch mal hier rein. Das heißt eigentlich, definitiv. So, Salz, Mehl, Käse. Ich hatte jetzt eigentlich gerade Butter gesagt fast. Aber das ist ja Käse. Das ist ja Käse. So, und dann brauche ich nämlich mich auch nicht mehr, um diese Kisten hier zu kümmern. Mehr oder weniger. Weil hier weiß ich einfach ist... Hier ist Zeug drin, was ich nicht brauche. Ne? Das hier ist Schüsselzeug drin. Das könnten wir mal aufschüsseln. Und gegebenenfalls... Und gegebenenfalls... Ich weiß gar nicht. Gibt es... Bit... BitDraw... Ne. Äh, komm. Doch, den gibt es. Den gibt es. Können wir den einfach herstellen? Ne, können wir nicht so einfach herstellen. Ansonsten hätte ich gesagt, schüssel mal hier das Sand auf. Und dann können wir das wieder zurück... Zurück basteln. Aber das ist nicht so... Nicht so einfach. Oh, ich habe noch eine Kiste, habe ich gerade... Ist mir gerade eingefallen. Hier drüben, die hier. Da ist nämlich auch noch ganz viel Stuff drin, siehst du. Das müssen wir nämlich auch noch mit rüber nehmen. Und dann können wir diese Kiste hier auch abbauen. Zack. Zack. Sehr schön. So, und da ist noch Honig drin. Wie sieht es hier oben eigentlich aus? Ist die Biene schon wieder tot? Ja, die ist schon wieder tot. Dann tauschen wir dich einmal ganz kurz aus. Einmal das Royal Jelly. So, das ist dann... Was können wir mit euch eigentlich machen? Gar nichts, ne? Nein, gar nichts. So, das ist auch irgendwie... Für mich irgendwie noch unverständlich, was diese zusätzlichen Bienen eigentlich hier in dem Spiel machen. Weil man halt so gar nichts damit anstellen kann. Achso, das können wir natürlich gleich nochmal in die Squeezer reinschmeißen. Hier ist noch was zum Arbeiten. Da ist noch Werkzeug quasi. Aber, warte mal, die Pfanne habe ich hier oben noch nicht, ne? Ne, die Pfanne habe ich hier oben noch nicht. Das heißt, die kommt mal da ran. Jetzt einmal ganz kurz gucken, was wir hier schon drin haben von den Sachen. Achso, guck mal, ich habe noch Würmer in der Tasche. Die wollte ich auch hier reinlegen. Es ist ja auch Essen, was gegessen werden kann. So, einmal haben wir jetzt hier ein paar Trauben. Die kommen mal da rein. Dann haben wir hier Raspberry, die kommen da rein. Hier ist... Ne, das wird noch weiter verarbeitet. Hier ist noch Honig, das können wir da reinschmeißen. Was ist das hier? Achso, das sind auch noch Seeds, aber für Baumwolle. Die kommen erstmal da rein. Ja, die sind halt useless, die Dinger, ne? Also, meiner Meinung nach... Meiner Meinung nach sind sie halt unnütz. Derzeit... Oh, ich habe hier grün, ne? Stimmt. Kommen wir da raus. Gehen wir mal da rein. Mal gucken, was wir noch an anderen Sachen bekommen. Ich packe sie jetzt da unten erstmal rein. Auch wenn sie useless sind, aber was soll's. Achso, hier gehärtetes Leder. Daraus können wir uns eine Lederrüstung machen. Beziehungsweise Kerzen können wir uns daraus auch herstellen. Also sehr useless. Und hier ist noch Zucker. Haben wir Zucker noch gar nicht eingepackt? Nö. Dann kommt Zucker da hin. Zuckerrohr ist aber hier, ne? Ja, das ist da. Sehr schön. Oh krass, ey. Endlich ist es noch nicht aufgeräumt hier. Und meine Tasche ist auch mehr oder weniger sauber. Kann ich dich auch noch dazu legen? Ne, geht nicht. Können wir das hier eigentlich auch irgendwie verbinden, dass das da automatisch reinläuft? So irgendwie was? Da müsste doch auch was gehen, oder? Gut, Freunde der Sonne. Denn können wir jetzt ja starten und hier unten endlich unsere automatische Crafting-Anlage aufbauen. Ich bin am überlegen, ob ich das sogar alles mit runterziehe. Oder wir machen erstmal eine Quest. Das können wir natürlich auch machen. Und zwar habe ich nämlich in der Zwischenzeit, wo einige Sachen hier durchgelaufen sind, mal ganz kurz geguckt. Aber wir bräuchten mehr Leder. Aber wir haben verordertes Fleisch, ne? Oh ja. Habe ich nämlich mal geguckt, was wir so machen könnten bei den Quests. Und eine Sache ist ja, dass wir ein, dass wir so ein paar Tiere noch machen sollen. So, ne? Ja. So, ihr landet da hin. Dann haben wir nämlich einmal, einmal da einen ganzen Schwung. Oh, das war schon an elf. Na gut, aber ich habe einen ganzen Schwung jetzt an Leder. Wir brauchen jetzt nochmal Wolle. Dann kriegen wir nämlich ein Schaf. Dann kriegen wir nämlich ein Schaf-Spawn-Ei. Ein Spawn-Ei. Zack. Das da hin, das da hin. Zip, das ist da. Eins, zwei, drei, vier waren das, glaube ich, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher, wie viel. Acht sogar. Acht Wolle. Eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir jetzt hier acht Wolle. Und jetzt können wir diese Quest eigentlich abschließen. Ja, haben wir abgeschlossen, ne? Complete, complete, ja. Es wundert mich gerade, dass es, dass es jetzt so ist, aber... Ja, es wurde... Ah ja, da ist das Schaf. Da ist das Schaf-Spawn-Ei. Spawn-Ei. Sehr schön. Und da müssten wir uns dann nochmal ein neues kaufen, beziehungsweise... Oh, habe ich die jetzt mehrmals abgeschlossen? Ne, konnte ich nicht, ne? So viel Wolle hatte ich ja gar nicht auf Lager. Ja, das ist Villager. Für einen Villager will er vier Emerald-Blocks haben. So, jetzt ist die Frage, ne? Es gibt hier auch einen Villager, zufälligerweise. Rabbit. Aber es geht ja darum, die Quest zu haben, ne? Was war das? Das war ein Pick. Kann natürlich sein, dass der gar keine Villager-Spawn-Eier hier drin hat. Dass sie die rausgenommen haben. Um halt... Ja, ich glaube, die haben sie rausgenommen. Die haben nur die anderen... Also, das Villager-Spawn-Ei. Das wäre auch krass, wenn sie das drin gelassen hätten. Wie viele Emeralds haben wir denn? 25. 25? Ne, wir brauchen ja... Für vier Blöcke brauchen wir 36. Okay, das wird nix. Definitiv nicht. Oh, guck mal, der ist fertig. Dann können wir das da gleich reinlegen. Dann kann ich das einmal wieder zurücklegen. Okay, dann bräuchten wir... Dafür brauchen wir das halt. Achso, ja. Ja, damit ich das Villager-Spawn-Ei habe. Ich will nämlich gerne... Vielleicht gehen die ja... Dass ich die wieder nehmen kann. Dass ich noch ein bisschen mehr Power bekomme. Aber ein Pferd können wir, glaube ich, schon mal spawnen lassen. Dafür brauchen wir wieder 10... 10 Leder. Beziehungsweise die Pferde-Ei-Quest können wir mal fertig machen. Und dann haben wir das nämlich auch. Und dann in der nächsten Folge gehen wir tatsächlich... Tatsächlich dabei. Und... Claim. Okay, die haben wir auch erledigt. Jetzt könnte ich die ganzen Rüstungen noch machen. Oh, 6 Dears. Ja. Rabbit. Oh, goldene Karotten. Goldene Karotten. Kann ich die herstellen? Weil bei goldenen Sachen haben wir ja festgestellt, dass ich da nicht so alles herstellen kann, ne? Doch, die kann ich herstellen. Dann machen wir da vielleicht morgen noch weiter... Oder in der nächsten Folge noch weiter... So ein bisschen die ganzen Tierquests durchgehen. Dass wir da so ein bisschen was erfüllt kriegen. Und danach geht es dann los mit der Produktionsstätte unten. Dass wir da endlich unsere Metalle... In einem Rutsch durchproduzieren. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.